Ja, wir lesen zusammen hier durch die Bibel, durch das Wort Gottes, nähren uns davon. Und wir sind im Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche ist ein Buch voller Sprichwörter, ursprünglich natürlich im Hebräischen, von einem klugen Mann, einem weisen Mann gesammelt und ausgedacht teilweise auch. Und wir glauben und sind überzeugt mit Jesus und den Gläubigen der Allerzeit. Jesus hat uns gesagt, es gibt keinen weiseren Mann auf Erden als Salomo. Und Salomo, der Autor dieses Buches, war bekannt für seine Weisheit in seiner damaligen Zeit. Menschen sind von weit her gereist, um ihn kennenzulernen, um seine Weisheit kennenzulernen. Und er hat dieses Buch eigentlich geschrieben als ein Buch für seinen Sohn, für seine Kinder. Und ihm war es so wichtig, weiterzugeben, was er empfangen hatte von Gott. Wisst ihr, so viele Bücher erscheinen auf dem Buchmarkt. Es gibt so viele Bücher. Und es gibt Bücher, die sind einfach da, voll von Geschichten, damit wir irgendwie unterhalten werden. Aber es gibt auch eine Menge Bücher auf dem Markt. Es gibt einen Riesenmarkt an Ratgeberliteratur. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal irgendwie einen Ratgeber besorgt habt. Ja gut, heute kauft man sich kein Buch mehr, da geht man ins Internet, auf YouTube und sucht sich da irgendwo einen Ratgeber. Aber manchmal besorgt man sich ja vielleicht auch ein Buch. Und also es gibt eigentlich einen großen Hunger, eine große Not, eine große Suche nach Rat. Wir suchen nach Rat, nach Orientierung. Wo geht es hier lang? Wo geht es lang im Leben? Und eigentlich ist es etwas ganz Natürliches, so wie es Gott eigentlich gegeben hat, so wie Gott es eingerichtet hat, das Leben, ist es, dass ein Mensch geboren wird als ein Kind. Als ein kleines Kind, was keine Ahnung hat, was sich nicht auskennt. Und es braucht Orientierung, es braucht Wegweisung, es braucht Hilfe dabei, in diesem Leben zurecht zu kommen. Und wen hat es, dieses kleine Kind, wen sollte es haben? Ja, einen Vater, eine Mutter. Und so ist hier dieser Vater, der seinen Kindern Weisheit versucht zu lehren, gute Wegweisung auf den Weg zu geben. Ja, und er tut es durch Sprichwörter. Kurze, knappe Wahrheiten, einfach gefasst, kurz gefasst, auf den Punkt gebracht. Und das ist auch eine Art, wie Gott mit uns, zu uns spricht. Kurze, knappe Wahrheiten auf den Punkt gebracht, damit wir Wegweisung haben für unser Leben, Orientierung. Und das Ziel dieses ganzen Buches am Anfang war, können wir einmal Sprüche 1, Vers 1, lese ich mal hier vor, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Erziehung, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Erziehung mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Also es geht darum, dass der Vater dem Sohn etwas vermitteln will, wertvolle Dinge für sein Leben. Und darüber hinaus ist es genau so, Gott ist ein Vater. Jesus hat uns den Vater gezeigt. Er hat uns gezeigt, dass Gott unser Vater ist, dass wir seine Kinder sein dürfen. Wenn wir zu ihm kommen und seine Kinder sind, dann will er uns genau so lehren als Vater, uns Weisheit vermitteln, uns nähren mit guten Dingen, nicht nur mit dem Brot, was wächst, was wir für unseren Körper brauchen. Auch das ist etwas, wo Jesus uns zeigt, bitte den Vater darum, unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir sind abhängig davon. Wir können uns nicht selber Brot schaffen. Ich meine, ich bin auch kein Bäcker, also ich kann auch keins backen, irgendwie bin ich zu doof dafür. Aber es ist so, selbst der beste Bäcker kann nichts machen, wenn kein Getreide wächst. Und kann er das Getreide wachsen machen? Nein, kann er nicht. Gott hat es so eingerichtet. Gott lässt es wachsen. Gott schenkt auch die Witterungsbedingungen, dass es wächst. Und wir merken das immer dann schmerzhaft, wenn es mal nicht so ist. Also Gott versorgt uns mit dem, was wir brauchen, leiblich, aber er ist ein guter Vater, der seinen Kindern nicht nur Brot auf den Tisch stellt und ansonsten sitzt er, guckt er auf sein Handy, sondern er wendet sich uns zu, er spricht mit uns, er gibt uns guten Rat, gute Wegweisung für unser Leben, er ermutigt uns, er stärkt uns, er warnt uns, er gibt uns all diese Weisheit, die wir brauchen für unser Leben. So ist Gott. So ein Vater ist er. Voller Liebe, voller Zuwendung. Er hat ein großes Herz für uns. Und wenn Salomo hier so mit seinem Sohn redet, dann redet Gott, der Vater, zu uns. Er möchte unser Herz gewinnen, dass wir als seine Kinder von ihm annehmen und empfangen. Und so gehen wir jetzt hier mitten rein, in die Stelle, wo wir gerade sind, in Sprüche 14, Vers 6, mittendrin hier in dieser ganzen Reihe von Sprichwörtern. Und die sind auch immer so, dass sie mal von einem Thema zum nächsten gehen. Die vier Verse, die wir heute lesen werden, sind schon so ein Stück weit auch thematisch verbunden. Das werden wir dann sehen. Aber sie sind immer so als Einzelsprüche auch zu verstehen. Und häufig arbeiten sie so mit Gegensätzen. Und es fängt hier auch mit diesem Gegensatz an. Ein Gegensatz, der sich durch das ganze Buch, aber auch durch die ganze Bibel zieht, weil es Wahrheit ist. Vers 6. Der Spötter sucht Weisheit, doch sie ist nicht da. Aber für den Verständigen ist Erkenntnis ein leichtes. Also, hier gibt es eine Gruppe von Menschen oder jemanden, der Weisheit sucht. Aber sie ist nicht da. Er findet sie nicht. Und auf der anderen Seite gibt es hier einen anderen. Für den ist das das Einfachste der Welt, Erkenntnis zu erlangen. Spricht das hier von unterschiedlichen Voraussetzungen? Der eine ist intelligent, der andere ist es nicht. Der eine hat hier viel Grips mitbekommen ins Leben, der andere nicht. Nein, mit dem Spötter und dem Verständigen sind zwei verschiedene Charaktere, zwei verschiedene Wege, die ein Mensch gehen kann, gemeint. Der Spötter sucht Weisheit, doch sie ist nicht da. Aber für den Verständigen ist Erkenntnis ein leichtes. Der Verständige, man kann auch sagen, der Einsichtige. Derjenige, der lernwillig ist, der bereit ist, sich was sagen zu lassen. Wir finden etwas über den Spötter, auch in Psalm 1 geschrieben und über diese beiden Wege, diese beiden Lebensstile. Im Psalm 1, Vers 1, lese ich mal vor. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt Tag und Nacht. Zwei Lebensstile, zwei Lebensweisen. Das eine ist jemand, der sich seine Freude hat an dem Gesetz des Herrn. Man kann es auch Unterweisung des Herrn nennen. Der begierig ist, von Gott zu lernen. Und der so begierig ist, dass er sogar abends, spät abends noch, wenn er vorm Einschlafen liest er noch und denkt darüber nach, über die Worte Gottes. Aber dieser Mann oder dieser Mensch wird glücklich genannt. Aber der andere, was ist das für einer? Der folgt dem Rat der Gottlosen. Er betritt den Weg der Sünder. Er sitzt im Kreis der Spötter. Hier ist eine Bewegung, wird uns vor Augen geführt. Da ist jemand in Bewegung. Er geht. Und zwar geht er, indem er einem Rat folgt. Da hat jemand Rat gegeben. Geh mal diesen Weg lang. Er hat einen Wegweiser gesehen. Der zeigt in die Richtung. Okay, dann gehe ich mal da lang. Aha, hier ist ein Weg. Er betritt den Weg. Er steht auf dem Weg. Und am Ende sitzt er. Also gehen, stehen, sitzen. Das ist diese Bewegung. Das ist jemand, der folgt dem Rat der Gottlosen. Jemand, der nicht gottesfürchtig ist, der Gott ehrt und achtet und respektiert, der dem Gott wichtig ist, sondern er folgt, er hört auf jemanden, dem Gott egal ist. Und wie gesagt, es gibt so viele Ratgeber, so viele Ratgeber in dieser Welt, die dir allen möglichen Rat geben, aber die nichts mit Gott zu tun haben, denen Gott egal ist. Sie haben einen Rat und sie zeigen dir einen Weg. Und das ist der Weg der Sünder. Und Sünde bedeutet einfach, diese Loslösung von unserem Schöpfer, von dem, der uns gemacht hat, hat irgendjemand von uns hier sich selbst gemacht. Bitte melden. Hat irgendjemand sich gedacht, ich will leben und zwar werde ich von der und der Mutter geboren, an dem und dem Tag, in dem und dem Land, in der und der Familie. Wer von uns hat sich selbst gemacht? Keiner. Wir haben einen Schöpfer. Das ist die Botschaft der Bibel. Es ist nicht nur ein Zufall, es ist nicht nur irgendwie aus dem zufälligen Produkt, dass unsere Eltern miteinander geschlafen haben, sondern dahinter steht ein liebender Vater, ein liebender Gott, der uns wollte. Das ist die Botschaft der Bibel. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Er wollte dich. Aber der Weg der Sünder ist der Weg der Menschen, die das nicht glauben, die das nicht annehmen. Die sagen, nein, ich will doch nicht irgendwie ein Kind eines Vaters sein. Ich will ein eigener Mensch sein. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich suche mir meinen eigenen Weg. Und sie gehen und suchen ihren eigenen Weg. Das ist der Rat der Gottlosen. Der führt dich auf diesen Weg der Sünder. Und der Weg der Sünde ist dann, dass du dein Leben führst nach deinem eigenen Empfinden. Du lässt dich treiben. Du denkst, ja, das ist richtig, das ist richtig. Du hörst dir diesen Rat an, den Rat. Dann machst du das. Ja, das fühlt sich gut an. Das bringt Bock, das bringt Laune, das macht Spaß. Und plötzlich bist du auf diesem Weg der Sünde. Gehst deinen eigenen Weg. Was Gott zu deinem Leben sagt, wie er das findet, was Gott dazu sagt, ob das gut ist für dich und für die anderen Menschen um dich herum, was du tust, das ist dir völlig egal auf dem Weg der Sünde. Das ist überhaupt nicht das Thema. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ich fühle mich gut. Und du gehst auf diesem Weg der Sünde. Und das Interessante ist, hier steht, der den Weg der Sünder nicht betritt, eigentlich steht, der nicht steht auf dem Weg der Sünder. Wisst ihr, dieser Weg der Sünde ist eine Sackgasse. Irgendwann ist Stillstand. Du kommst nicht mehr weiter. Und wisst ihr, was man macht, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, wenn man stehen bleibt auf einem Weg, auf dem man sich befindet? Irgendwann setzt du dich hin. Das war so, wenn ich mit, als ich mit meinen Eltern als Kind, weiß ich noch, sind wir in Urlaub gefahren und eigentlich wollten wir Ski fahren, aber da war kein Schnee da, dann war Wandertouren angesagt. Oh nee, Wandertouren. Hatte ich überhaupt keinen Bock zu. Jedenfalls gut, wir waren dann unterwegs, haben diese Wandertouren gemacht und irgendwann hat klein Jörg gesagt, ich streike, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr weitergehen, dann bin ich stehen geblieben. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und meine Mutter musste mich mit ganz lieben Wegen versuchen, wieder zu motivieren, mit Liedchen oder sonst irgendwas, musste sie mich motivieren, weiterzugehen. Ich musste auch irgendwie denken an eine Demo, wo ich mal teilgenommen habe. Wir sind unterwegs, wir marschieren, wir gehen unseren Demo-Weg und dann war aber irgendwie eine Straßensperre ist irgendwo errichtet worden. Gegendemonstranten haben die Demo aufgehalten. Ja, und dann mussten wir stehen bleiben, standen wir. Aber wenn du dann so eine Weile stehst, dann setzt du dich irgendwann hin. Du setzt dich hin und das machen die hier. Derjenige, der dem Rat der Gottlosen folgt, er findet sich wieder auf dem Weg der Sünde. Dieser Weg der Sünde führt irgendwann zum Stillstand und dann setzt man sich hin mit den anderen, die auf diesem Weg sind. Und was macht man dann? Man hat Spaß. Und wie hat man Spaß? Indem man spottet. Indem man sich lustig macht über andere, über Schwächere, über die Versager, über auch die Frommen, über die, die nicht auf diesem Weg gehen, auf dem wir alle unterwegs sind. Wir sind ja auf dem richtigen Weg. Wir sind ja nicht die Dummen, die sich irgendwie einem Gott unterordnen. Wir sind die Weisen, wir sind die Klugen, denn wir wissen, wo es lang geht. Und da sitzen sie, die Spötter, und kommen nicht weiter, kommen an kein Ziel und machen sich lustig, über die, die auf dem Weg sind, Gott zu suchen, Gott nachzufolgen. Das sind die Spötter. Jetzt wird aber in Sprüche 14, Vers 6 gesagt, dass die Spötter Weisheit suchen und sie nicht finden. Wie kommt das? Jesus sagt doch in Matthäus 7, ich lese es mal vor, Matthäus 7, Vers 7, sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das ist ein wunderbarer Vers für jeden, der auf der Suche ist, für jeden, der ehrlich sucht und fragt in seinem Leben, wofür lebe ich dieses Leben, was soll dieses Leben, zu welchem Ziel führt dieses Leben. Für jeden, der ehrlich sucht, ist hier eine Hoffnung, eine Ermutigung. Wenn du suchst, dann wirst du finden. Wie schön, was für eine tolle Zusage. Wenn du nicht, irgendwie, es gibt ja irgendwie so, so Rätselspiele, Rätselfragen, was weiß ich, so ein, hier, wie heißen diese, Escape Rooms, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Escape Room wart oder so Spiele, kann man ja auch spielen. Dann spielst du so und musst irgendwelche Rätsel lösen und wenn du das Rätsel gelöst hast, dann kommst du durch die Tür. Und es wäre ja schlimm, wenn du in diesen Raum eingeschlossen wirst und dir gesagt wird, ja, such mal, aber ich kann dir nicht garantieren, dass du die Antwort findest. Es könnte sein, dass du, dass es keine Antwort gibt. Es könnte sein, dass du, dass es hier gar keinen Ausgang gibt. Aber such mal schön. Nein, Jesus sagt, dieses, die Rätsel dieses Lebens, da gibt es eine Lösung für. Und wenn du suchst, dann wirst du das finden. Aber was ist denn nun mit diesen Spöttern, die die Weisheit suchen? Warum finden sie denn nicht? Lass uns mal hier ein paar Verse weiter runterspringen. Vers 13 in Matthäus 7 sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt und viele sind, die auf ihm hingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. also eben sagt Jesus, wer sucht, der findet. Da muss doch, das ist doch eine Einladung für alle. Hey Leute, jeder kann finden. Und das ist Gottes Herz. Wisst ihr, er sagt, ich möchte, ich wünsche mir, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich wünschte, dass alle Menschen auf diesen schmalen Weg zum Leben kommen. Gottes Herz ist so. Er wünscht sich, dass alle Menschen finden. Deswegen ermutigt er und sagt, geht den schmalen Weg. Geht doch bitte nicht den breiten Weg, der ist zum Verdämmen. Geht den schmalen Weg. Sucht. Das ist auch eine Aufforderung. Sucht und ihr werdet finden. Aber er sagt, es finden nur wenige. Warum denn? Und irgendwann hat es mal Klick gemacht, als ich diese Verse gelesen habe. Irgendwann hat es mal Klick gemacht. Da habe ich gemerkt, warum sind nur wenige auf diesem Weg? Weil nur wenige diesen Weg wirklich suchen. Es finden wenige, weil wenige suchen. die allermeisten Menschen sind auf der Suche, aber sie lassen sich abspeisen mit einer oberflächlichen Antwort, einem Rat der Gottlosigkeit. Und sie gehen auf den breiten Weg der Sünde und bleiben stehen und setzen sich hin und werden zu spöttern. wenige sind es, die von ganzem Herzen suchen und das ist das, was Gott seinem Volk Israel gesagt hat. In Jeremia 29 sagt er, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Der Spötter in Sprüche 14, Vers 6, der die Weisheit sucht, er sucht nicht Gott. Er sucht die Weisheit, um sie auszuschlachten für seine Spötterei. Er sucht nicht die Wahrheit, sondern er sucht Erkenntnisse, Weisheiten, um sich damit noch stärker zu fühlen und um noch mehr auf andere herabzuschauen, auf andere, auf anderen rumzutrampeln. Der Spötter ist jemand, der sich über andere erhebt, um sich selber stark zu fühlen. Das Ziel des Spötters ist, stark zu sein, mächtig zu sein. Lass uns mal hier in Markus 4 dazu aufschlagen. Jesus erzählt dort einer großen Menge von Menschen ein wunderbares Gleichnis. Das Gleichnis vom Sämann. Und es ist so, dass er sagt in Vers 3 hört, siehe, der Sämann ging hinaus zu säen. Also ein Mann, der irgendwie so ein Tuch voller Saatgut hat. Die hatten damals noch nicht hier die großen Maschinen, mit denen sie dann alles gemacht haben, sondern das hat man alles per Hand gemacht. Heutzutage gibt es auch noch Länder, wo das gemacht wird. Bei uns, wir kennen das so nicht mehr, aber damals war das so. Du hattest dein Tuch mit deinem Saatgut und dann hast du da reingegriffen und hast den Samen ausgestreut. Das Saatgut. Ein Sämann ging hinaus, um zu säen und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrt es. Und anderes fiel unter die Dornen, das ist der dritte Art von Boden, wo der Samen drauf fällt. Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen sprosten auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Fertig. Was will uns dieser Jesus jetzt sagen? Will er uns erklären, wie das geht mit dem Aussäen? Ja, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber wo er das jetzt sagt, das stimmt, wenn ich da so meinen Samen aussehe, dann fällt tatsächlich einiges immer auf den Weg und wird aufgepickt. Ich muss mehr aufpassen, dass ich den Samen nicht so sehr verstreue, sondern dass ich ihn wirklich nur auf die gute Erde. Ja, Jesus, guter Gedanke, nehme ich mit. Jesus endet dieses Gleichnis damit, dass er zu den Leuten sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, ich habe Ohren, okay, ich höre. Ja, interessante Geschichte, ja, spannend, ich gehe wieder nach Hause. Gut, ich gucke mal, wie ich in Zukunft meinen Samen aussehe. Jetzt geht es weiter in Vers 10 und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Also es gab ein paar Leute, die gesagt haben, komisch, was Jesus da gesagt hat, irgendwie, das kann es doch nicht sein. Also so, das, was meinst du denn? Jesus. Und dann sprach er zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehen, sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Also es gibt hier zwei Gruppen von Leuten. ihr, sagt Jesus zu denen, die ihn da fragen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Warum? Weil sie bessere Menschen sind? Weil sie irgendwie was geleistet haben? Irgendwas irgendwie intelligenter sind? Oder was? Aus einem einzigen Grund. weil sie fragen. Weil sie zu Jesus kommen und fragen. Was hat das zu bedeuten? Wisst ihr, dass hier, Jesus spricht von dem Geheimnis des Reiches Gottes. Es ist ein Geheimnis. Aber nicht in dem Sinne, dass es keiner wissen darf. Wisst ihr, es gibt ja solche Geheimnisse, wo du sagst, erzähl es nicht weiter, weil das darf keiner wissen. So, das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis des Reiches Gottes ist aber ein Geheimnis, was jeder wissen darf. Es ist aber deswegen ein Geheimnis, weil es verborgen ist. Es ist verborgen. Das Reich Gottes, die Weisheit Gottes, Gott selbst ist verborgen. Wir können ihn nicht sofort sehen. Es ist nicht gleich offensichtlich offenbar. Aber wenn du suchst, wenn du fragst, wird es gleich geöffnet. Dem Verständigen ist Erkenntnis ein leichtes. Es wird geöffnet. Und Jesus erklärt dann dieses Gleichnis denen, die da fragen. Und sagt ihnen, hier geht es nicht um das Sehen, sondern hier geht es darum, dass der Same das Wort Gottes ist, was in verschiedene Herzen hineinfällt. Und da gibt es die harten Herzen, die das Wort gar nicht aufnehmen, an denen das abprallt, wo der Teufel das sofort wegnimmt und wo es überhaupt nichts bewirkt. Der Same ist das Wort Gottes und so wie ein Same ganz kleines und unscheinbar und doch so eine große Kraft hat, nämlich die Kraft des Lebens. Wenn es in gute Erde hineinfällt, dann bewirkt es unfassbar, das Geheimnis des Lebens. So ist das Wort Gottes, wenn es hineingesät wird in ein Menschenherz, das aufnahmebereit ist, wo keine Steine drin sind, wo keine Verhärtungen da sind, wo das auch nicht übergewuchert wird durch ein weltliches Leben, was ausgerichtet ist auf die Ziele dieser Welt. Jesus öffnet das denen, die Fragen. Jesus öffnet dir alle für deine Fragen, gibt er dir Antworten, wenn du ehrlich und aufrichtig suchst und fragst. Aber Jesus zeigt auch auf, was das Problem der Leute ist, die nicht fragen. Warum fragen sie denn nicht? Warum gehen sie der Sache nicht mehr nach? Warum machen Menschen das nicht, dass sie tiefer gehen, tiefer fragen, Gott wirklich suchen? Die meisten Menschen, ich sage euch, die fragen nicht, weil sie in der Tiefe ihres Herzens wissen, dass wenn sie suchen, es darum geht, dass sie umkehren müssen. Und das sagt Jesus hier. Sie hören, aber sie nehmen das nicht auf, sie nehmen das nicht an, weil sie sich nicht bekehren wollen, weil sie nicht umkehren wollen in ihrem Leben. Sie wollen nicht sich die Blöße geben und sich eingestehen als Spötter, die sie da sitzen, ich sitze hier völlig im falschen Dampfer, ich sitze hier auf dem völlig falschen Weg, ich bin in die Sackgasse geraten, das ist hier das Verderben. ich weiß wie es lang geht, wo es lang geht, ich weiß Bescheid über das Leben, haha, und die anderen nicht. Ich muss runterkommen von meinem hohen Ross und erkennen, dass ich in der Scheiße sitze und dann muss ich aufstehen und zurückgehen und dann den nach dem Weg fragen, der weiß, wo der Weg lang geht. Deswegen kommen sie nicht und fragen sie nicht. Wisst ihr, das ist so viel, selbst in der Gemeinde Gottes ist es so, dass Christen manchmal nicht die reifen Brüder und Schwestern fragen um Rat und auf ihren Rat hören, weil sie wissen, dass dieser Rat sie dazu bringen würde, ihre eigenen Sichtweisen und ihre eigenen Wege zu überprüfen und womöglich umzukehren. Nein, ich frage lieber jemanden, der meiner Meinung ist und dann gehe ich diesen Weg. Wisst ihr, das ist die Herzenshaltung. Es geht um die Herzenshaltung. Bin ich und das geht die ganze Zeit in dem Buch der Sprüche immer darum, bin ich jemand, der bereitwillig von Gott lernen möchte, annehmen möchte, dazu lernen möchte, der diese demütige Haltung hat zu wissen, ja, ich habe es noch nicht gecheckt, ich habe noch nicht das Ziel erreicht, aber Gott ist mein liebender Vater, der weiß alles, ich schaue auf zu ihm, ich lasse mich leiten. Es geht genau darum, wenn Jesus sagt, ich glaube es ist Matthäus 18, ja, Matthäus 18, wunderbare Stelle, Matthäus 18, Vers 1, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? beliebte Frage, ne? Ja, wir sind ja, das ist ja peinlich, das offensichtlich zu stellen, solche Fragen, aber wir haben ständig diese Fragen, wer ist der Größte? Ne? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in die Mitte, ein kleines Kind, die erwachsenen Männer, wer ist der Größte von uns hier, Jesus? Okay, komm mal her, hier Kleiner, komm, komm, so, stellt das Kind in die Mitte und sagt, wahrlich, ich sage euch, ihr erwachsenen, schlauen, klugen, tollen Männer, die ihr mit mir schon so und so lange durch die Gegend gezogen seid und euch als die Jünger des Messias, des Meisters selber seht, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Das wollen wir nicht, das will unser sündhaftes Wesen nicht, sich demütigen und zu sagen, ich bin eigentlich nur ein kleines Kind, aber du, Gott, du bist mein Vater, ich achte, ich respektiere dich, ich höre auf deinen Rat, ich suche deinen Rat, ich beuge mich, ich ordne mich deinem Rat unter. Lass uns zurückgehen in Sprüche 14, Vers 7, da steht, tritt einem törichten Mann gegenüber und du lernst keine verständigen Lippen kennen. Dieser Vers macht deutlich, wenn du es mit einem törichten Menschen zu tun hast und das heißt nicht, dass es einfach nur ein dummer Mensch ist, sondern die Dummheit hier in den Sprüchen, die uns vor Augen geführt wird, bedeutet jemand, der so dumm ist, dass er Gott nicht achtet, nicht respektiert. Der meint, er braucht Gott nicht. Der meint, er kann es ohne Gott machen. Das ist ein törichter Mensch. Wenn du es mit so einem Menschen zu tun hast, dann wirst du nichts aus seinem Mund hören, wovon du wirklich was lernen kannst, sagt er. Also prüfe, prüfe den Menschen, mit dem du es zu tun hast. Lass dich nicht einfach von toller Rhetorik, Überzeugungskraft, Ausstrahlung blenden lassen. Prüfe alles, das Gute behaltet. Vers 8, die Weisheit des Klugen ist es, seinen Weg zu begreifen, aber die Nahheit der Toren ist Täuschung. Wisst ihr, derjenige, der wirklich klug geworden ist, der von Gott Weisheit empfangen hat, der begreift, wozu das Leben da ist, was der Sinn und das Ziel des Lebens ist, der hat begriffen, worum es geht. Dem werden diese Geheimnisse des Reiches Gottes aufgeschlossen, der weiß Bescheid, dass dieser Weg ein Weg ist, der von Gott zu Gott führt. Der weiß, dass sein Leben ein Geschenk Gottes ist, dass er ein Geschöpf Gottes ist, dass er ein Kind Gottes ist, bestimmt dazu, in Ewigkeit, in einer liebenden Beziehung zu seinem Vater zu leben. Und nicht nur mit seinem Vater, sondern auch mit allen anderen Kindern Gottes, mit der ganzen Familie Gottes. Aber die Nahheit der Toren ist Täuschung. Wisst ihr, der Tor, dieser dumme Mensch, der Gott außen vorlässt, der meint, der Sinn des Lebens liegt in irgendwas anderem. Wisst ihr, der unterliegt einer großen Täuschung. So viele Menschen, die nicht nach dem Sinn fragen erst, sondern die sich einfach nur treiben lassen von ihren Gefühlen. Ja, ich mache das, wozu mein Herz mich leitet. Tue das, was dein Herz dir sagt. Sie lassen sich einfach von ihren Gefühlen leiten, von ihren Empfindungen, von ihren Begierden, von ihren Sehnsüchten. Es gibt die anderen, die sich immer nur vom Verstand leiten lassen, die alles genau planen, sie haben ihr ganzes Leben geplant und sie ziehen es sogar durch. Die schaffen das, die setzen sich einen Plan und ziehen das auch noch durch und denken damit werden sie das Ziel des Lebens erreichen und am Ende des Weges wachen sie auf, stehen vor ihrem Richter und stellen fest das war alles Täuschung ich habe mich selbst getäuscht diejenigen die wirklich klug sind die weise sind die haben erkannt dass der Weg darin besteht an der Hand des Vaters zu gehen seine Wege zu gehen von ihm zu lernen das Ziel da ist da zu erreichen wo ich in die Schule Gottes gehe mein ganzes Leben von ihm geleitet von seiner Weisheit von seinem Wort Vers 9 Schuld macht Narren frech aber unter den Aufrichtigen ist wohl gefallen hier in der Elberfelder wird noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit gesagt vom ersten Hälfte dieses Verses die ich sehr gut finde die es sehr gut auf den Punkt bringt worum es hier eigentlich geht die Narren treiben Spott mit der Schuld diejenigen die die dumm sind obwohl sie sich selber so für klug halten denn der der spottet hält sich selber für klug der der spottet denkt dass er es kapiert hat dass er über den Dingen steht aber in Wirklichkeit ist er ein Narr weil er nichts versteht der Narr spottet treibt seinen Spott mit der Schuld er treibt seine seinen Spott damit dass es so etwas wie Schuld Sünde nicht gibt ist doch lächerlich dieses Gerede von Schuld ich bin niemandem was schuldig ich bin hier nur durch Zufall hier ich bin niemandem verantwortlich ist doch lächerlich und dir bin ich auch nichts schuldig oh ich hab dich verletzt tut mir leid treibt seinen Spott mit der Schuld hat keine Sünden Erkenntnis was ich noch interessant fand ist in diesem Vers dieses Wort Schuld wird im Alten Testament oft auch benutzt im Zusammenhang vom Schuld Opfer insofern kann man tatsächlich berechtigter Weise auch so übersetzen die Narren treiben Spott mit dem Schuld Opfer das ist doch lächerlich dass Gott irgendwie ja durch ein Opfer Vergebung der Sünden gibt das ist doch lächerlich alles dieser ganze Gedanke das durch durch Blut vergießen Vergebung kommt ein unschuldiges Opfer wird getötet Blut wird vergossen und dadurch wird Sünde getickt das ist doch lächerlich da kann man nur drüber lachen da kann man nur seinen Spott drüber treiben und noch mehr nicht nicht nur der Spott über diese ganze Wahrheit der Sündenvergebung und des Opfers sondern auch der Spott über das Opfer selber lass uns mal Jesaja 53 dazu aufschlagen Jesaja 53 da finden wir genau dieses Wort Schuld oder Schuld Opfer wie es da in Sprüche steht in Vers 10 da steht dem Herrn Gott gefiel es ihn zu zerschlagen wovon spricht Jesaja er spricht er hat eine Vision er sieht Jesus obwohl er 700 Jahre vorher gelebt hat er sieht einen Mann der er kennt seinen Namen nicht aber er sieht einen Mann der leidet der zerschlagen wird Gott gefiel es ihn zu zerschlagen er hat ihn leiden lassen und zwar warum weil er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt er wurde zum Opfer und dann steht hier wenn er das getan hat dann wird er nachkommen sehen Jesus war nie verheiratet er hat keine Kinder gehabt und trotzdem ist durch seinen Tod am Kreuz sind so viele Menschen zu Kindern Gottes geworden Jesus hat ganz viele Kinder in diesem Sinne und er wird seine Tage verlängern das spricht über seine Auferstehung er ist gestorben hingerichtet am Kreuz aber er ist nicht im Grab geblieben sondern er ist auferstanden er ist dieses Schuldopfer und jetzt interessant wenn wir ein paar Verse nach vorne gehen im Vers 2 da steht da sieht Jesaja diese Vision er sieht diesen Mann diesen Leidenden er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen er ist wie ein Trieb vor Gott aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich da war nichts das ist eine Öde das ist das ist trockenes Land und da schießt plötzlich so ein kleines Wurzelsprösslein raus so eine kleine Pflanze aber du siehst sie und denkst so die wird ja vertrocknen die wird doch verdorren da wird doch er sieht nicht einen starken Baum einen riesig großen Baum er sieht nur so ein kleines Sprösslein und dann geht er weiter er sieht jetzt diesen Mann er sieht diesen Menschen er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen da hatte er kein Aussehen dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten er war verachtet von den Menschen verlassen ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer vor dem man das Gesicht verbirgt ich muss ich muss an so so Situationen in der Fußgängerzone denken wenn da so jemand sitzt mit so mit so Beinstumpf den er dann vielleicht sogar noch so präsentiert ne um Mitleid zu erregen um dann irgendwie Spenden einzusammeln ne aber wisst ihr so viele Elende die so gezeichnet sind von Krankheit von Verletzungen von dem Elend dieses sündhaften Weges selbst gezeichnet davon und wenn du sie siehst du wendest dich einfach nur ab du denkst das kann ich mir nicht angucken das mag ich mir nicht anschauen so war Jesus so war er am Kreuz du kannst dir das nicht angucken wenn du ein Mensch bist dann magst du dir das nicht angucken du wendest dich weg das ist ja ekelhaft das ist grauenvoll das ist nicht schön das ist furchtbar hässlich aber noch mehr er war verachtet von den Menschen die Menschen haben ihn verachtet Verachtung entgegen gebracht und das reichte von Jesus wird gekreuzigt ist mir egal bis hin zu echtem Spott und Hohn über jemanden der nichts böses getan hat über jemanden der der niemandem was zu leide getan hat im Gegenteil der anderen Menschen geholfen hat der sie gesegnet hat und was musste er sich am Kreuz anhören anderen hat er geholfen aber sich selbst kann er nicht helfen komm doch runter vom Kreuz wenn du der Messias bist dann glauben wir dir die die römischen soldaten haben ihn haben ihn gegeißelt ausgepeitscht er war völlig fertig blut überströmt und er sollte zur hinrichtung überführt werden und sie hatten noch ein bisschen Zeit da haben sie sich die Zeit genommen diese Spötter haben ihnen einen roten Mantel angezogen und ihm aus Dornen eine Krone geflochten und haben sie ihm auf den Kopf gedrückt und dann haben sie dieses hier gemacht sie sind niedergefallen so hier so König Israel ist interessant dass diese Geste oder dieser dass das im Moment so um die Welt geht oder machen doch alle hat eine völlig andere Aussage man will dadurch Solidarität bekunden mit denen die erniedrigt werden man will dadurch zeigen ja ich stehe zu denen die diskriminiert werden die wegen ihrer Hautfarbe rassistisch unterdrückt werden und so weiter die Geste bedeutet aber eigentlich ursprünglich was anderes sie bedeutet eine es ist ein Ausdruck der Demut gegenüber jemandem der höher oder größer ist als ich und sie fallen vor Jesus nieder aber sie meinen es nicht so sondern es ist nur Spaß es ist Spott es ist Hohn ja du mächtiger König haha und dann spucken sie ihn an und schlagen ihn und er wehrt sich nicht er tut nichts dagegen sie treiben ihren Spott mit den Schuldopfer mit dem der sein Leben für sie einsetzt für ihre Schuld für ihren Spott für ihre Sünde und wisst ihr das ist der krasser Moment hier in Jesaja 53 als Jesaja das sieht durchfährt es ihn plötzlich denn er sagt er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet ihm wird plötzlich klar ich stehe mittendrin in dieser ganzen Geschichte ich bin nicht nur Zuschauer ich bin hier nicht nur der Prophet Gottes der Visionär sondern ich bin mittendrin in dem Bild und ich stehe nicht an der Seite dieses Verachteten sondern ich stehe drumherum ich bin Teil derer die ihn nicht achten ich habe mein Gesicht abgewandt vor diesem Schmerzensmann er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt für dich und für mich für uns alle denn wir alle sind auf dem Weg der Sünde unterwegs gewesen wir alle sind irgendwann darauf zum Stillstand gekommen in die Sackgasse geraten wir alle saßen dann plötzlich mittendrin unter den Spöttern wir alle haben versucht uns selbst stark zu machen haben unsere Wege gesucht wie wir uns stark machen können haben unsere Hilfsmittel gesucht um uns selbst aufzubauen um uns selbst stark zu machen und sind dabei mittendrin in dieser ganzen Schar die auf dem Weg ins Verderben sind aber Jesus hat sein Leben als Schuldopfer für uns eingesetzt der König hat sich zum Narren machen lassen zum größten Verbrecher obwohl er nichts getan hat und so hat er sich hinrichten lassen für uns für unsere Schuld die Narren treiben Spott mit der Schuld aber unter den Aufrichtigen ist Wohlgefallen und ich schließe mit dieser Geschichte von den Männern die mit Jesus gekreuzigt waren am Kreuz hing Jesus aber rechts und links von ihm wurden auch zwei gekreuzigt und die Evangelisten sagen ganz klar als sie dort gekreuzigt wurden wisst ihr was macht ein Mann der hingerichtet wird der kurz vor seinem Tod steht der sein Leben verwirkt hat es gibt immer noch einen auf dem man rumtrampeln kann oder es gibt immer noch einen der noch tiefer gesunken ist als man selber ja also ich bin schon ziemlich in der Scheiße aber der der ist ja richtig und so so lästern sie die sie damit gekreuzigt sind über Jesus sie sagen auch zu ihm ja wenn du der Christus bist dann hol uns doch hier runter vom Kreuz haha wird ja eh nichts wir werden jetzt zur Hölle fahren fertig dich so spotten sie aber wisst ihr während der ganzen Kreuzigung ist bei einem dieser beiden was passiert im Herzen einer dieser beiden ist an diesen Punkt gekommen mittendrin in der Kreuzigung er hat es miterlebt wie Jesus dort gekreuzigt wurde und wie er betet Vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun er setzt sein Leben als Schuldopfer ein für die die ihn da fertig machen die ihn da kreuzigen dieser Mann kriegt das mit und es bewegt sein Herz und er fängt an umzukehren und zu werden wie ein Kind und er sagt zu dem anderen der Jesus auch lästert sagt er sag mal was ist denn hier eigentlich los fürchtest du immer noch nicht Gott wir hängen hier doch zurecht wir haben tatsächlich unser Leben verwirkt wir sind den Weg der Sünde gegangen und wir bekommen jetzt einfach nur das was wir verdient haben aber dieser hier der hat doch nichts Unrechtes getan warum sollten wir auf ihn rumtrampeln warum sollten wir ihn fertig machen warum sollten wir das letzte bisschen Kraft was wir noch haben dafür nutzen um über ihn zu spotten er hat es doch nicht verdient und dann sagt er zu Jesus Herr denk an mich wenn du in dein reich kommst und dann sagt Jesus diese wunderbaren Worte wisst ihr sofort geht die Tür auf die Tür ins Himmelreich geht auf er sagt heute wirst du mit mir im Paradies sein das ist Gottes Herz seine Tür ist offen für jeden der sucht für jeden der bereit ist umzukehren wie ein Kind zu werden zu Füßen sitzen nicht mit den Spöttern zusammen zu sitzen sondern sich zu den Füßen des Vaters zu setzen von ihm Leben zu empfangen er ist so gut er segnet uns alle er gibt uns so reichlich aus seiner Gnade bei den Aufrichtigen ist Wohlgefallen bei den Geraden die die diesen Weg gehen die bereit sind sich wirklich zu beugen da gewinnt dann diese Geste wirklich da gewinnt sie Kraft wenn du dich beugst vor dem König der Könige aus ehrlichem aufrichtigen Herzen nicht aus Spott und dadurch zeigst du auch Respekt gegenüber allen die diskriminiert und erniedrigt werden in dieser Welt denn Jesus hat sich eins gemacht mit denen die von Gewalt niedergedrückt werden aber diese Geste besagt nichts wenn sie nicht auch ein Ausdruck unserer Ehrfurcht vor Gott ist dann werden wir nur wieder zu neuen spöttern dann über die Rassisten dann machen wir uns stark als die guten Menschen über die die ja so böse sind und schlecht lasst uns jetzt zusammen kurz beten Vater wir danken dir wir danken dir für deine Gnade dass du uns liebst und dass du deinen Sohn gegeben hast als Schuldopfer für unsere Sünde um uns zurück zu holen von dem breiten Weg der ins Verderben führt um uns ewiges Leben zu geben her lass du uns wirklich dich ehren und achten von ganzem herzen dich suchen und wir danken dir dass es so einfach ist dass wenn wir das tun wenn wir fragen wenn wir suchen dann willst du dich uns so gerne offenbaren willst uns so gerne Rat geben und Weisheit schenken her wir danken dir dafür her wir preisen dich und danken dir für das was du für uns getan hast Jesus und bitte hilf du uns dass wir das wirklich im Herzen bewegen dass wir dich wirklich als unseren König annehmen und uns vor dir beugen und dann erleben wie wunderbar wie gut du bist was für ein guter Herr du bist ja du bist unser Vater wir können bei dir wirklich wahre Liebe kennenlernen ewige Liebe ewiges Leben her danke für deine Güte und Gnade Amen